hallo und herzlich willkommen bei swag tab neben dem nokia lumia 920 ist das windows von 8x bei htc definitiv eines der interessanten neuerscheinungen mit windows von os 8 als betriebssystem es ist ein offizielles signature device also ein offizielles von microsoft ernannt das referenzgerät für windows von os 8 das spiegelt sich auch schon ja im namen wieder das klingt ja etwas ungewöhnlich also windows von 8x bei htc aber das ist eben der hintergrund wir sehen hier schon die verpackung und wir wollen es zunächst wie immer einmal auspacken an dieser stelle geht mein dank wieder einmal an getguts.de die mir dieses testgerät freundlicherweise zur verfügung gestellt haben ja wir sehen eine typische htc verpackung die eigentlich eingeschweißt ist ich habe die folie schon mal entfernt das würde sonst zu lange dauern aber ja an den seiten das htc logo und auf der vorderseite das bild oder ein bild des windows von 8x bei htc in der farbe california blue also ihr seht schon für welche farbe ihr euch entschieden habt das gute stück gibt es auch noch in gelb rot und ganz klassisch in schwarz und auf der rückseite dann wie schon von der one serie bekannt zu 99 prozent recycelbar okay wir holen das ganze einfach mal aus dieser ja umverpackung diesen dieser schlinge hier raus nehmen ganz einfach hier den deckel ab und dann seht ihr hier auch schon das windows phone 8x bei htc meiner meinung nach wirklich ein sehr sehr schönes smartphone vor allem in dieser farbe california blue die hat mir von anfang an am besten gefallen ich lege das mal schnell zur seite das schauen wir uns gleich noch genauer an schauen wir schnell was wir sonst noch im lieferumfang finden das kennt man aber eigentlich von htc ihr seht hier dieses sim eject tool das klassische htc sim eject tool das ding kommt nämlich wieder mit einer micro sim ansonsten natürlich quick start guide garantie informationen und so weiter contact us ihr seht ja das kennt man ja von htc ganz schön dick dieser diese ganzen papiere und außerdem ist auch noch eine cd dabei also ein eine mini cd mit handbuch ist doch ganz nett habe ich auch schon lange bei keinem aktuellen smartphone so mehr gesehen außerdem ein micro usb kabel wie man es kennt schön in schwarz gehalten dann dazu noch das modular kennt man ja auch typisches htc modular zusammen ergibt das dann euer vollwertiges netzteil und außerdem finden wir hier noch ein headset sieht mir jetzt persönlich genau nach wieder nach den den kopfhörern aus die man auch schon vom htc one x oder vom one x plus kennt die sind nicht schlecht aber ja nichts besonderes mehr ist da nicht drin das war es vom lieferumfang kommen wir nun aber zum eigentlichen star der show dem windows phone 8x bei htc ich nehme mal hier wieder die folie ab das ist ja immer der schönste moment beim unboxing und ich denke man kann schon sehen was das für ein wunderschönes smartphone ist also ich finde das sieht wirklich genial aus ich habe schon lange kein so schönes smartphone mehr gesehen mir gefällt es richtig gut die farbe ist natürlich geschmackssache aber ja das ist ja vieles im leben das windows phone 8x bei htc misst 132,35 x 66,2 mm ist dabei 10,12 mm dick oder dünn ist nicht das dünnste aber definitiv auch nicht das dickste smartphone und htc setzt hier wie schon bei der one serie auf ein unibody gehäuse aus polycarbonat ihr seht es ja schon der 16 gb große speicher ist nicht erweiterbar und der 1800 milliampere stunden starke akku leider natürlich auch nicht austauschbar ist er wie gesagt ein unibody es wiegt 130 gramm und was ich jetzt gleich schon sagen kann es liegt richtig gut in der hand gefühlt auch besser als das lumia 920 das ja deutlich schwerer war ja kommen wir zum display das display ist 4,3 zoll groß ist ein slcd 2 panel wie man es ja schon vom one x kennt und löst mit 1280 x 720 pixeln auf das ergibt dann eine pixel dichte von sehr sehr scharfen 341 pixel per inch außerdem finden wir hier auf der oberseite noch die front facing camera die löst mit 2,1 megapixel auf hier dann noch die hörmuschel auch schön in diesem california blue gehalten darunter das htc logo und ganz unten dann natürlich die drei typischen touch sensitiven windows phone os 8 tasten für zurück home und suche und die mit die taste die home taste ist auch schön im neuen logo von windows phone os 8 gehalten sieht wirklich sehr sehr schön aus kommen wir zur seite kommen wir zu den anschlüssen hier finden wir absolut nichts auf der unterseite den micro usb anschluss sowie das mikrofon auf dieser seite finden wir dann den auslöser für die kamera eine dedizierte kamera taste kennt man ja auch schon vom nokia lumia 920 hier die laut leise wippe und ich kann euch gleich schon sagen die tasten scheinen einen richtig guten druckpunkt zu haben fühlen sich richtig gut verarbeitet an ja hier dann der schlitten für die sim karte einfach mit dem sim eject tool das ich euch eben gezeigt habe einmal hier reinstechen schon kommt der schlitten heraus wie gesagt eine micro sim hier dann der power button das zweite mikrofon der 3,5 millimeter klinken anschluss und das ist die rückseite wie gesagt sieht meiner meinung nach wirklich sehr sehr schön aus hier finden wir die kamera 8 megapixel mit einer blende von f 2.0 daneben dann das fotolicht natürlich hier das htc logo das beats audio logo ist natürlich wieder ein smartphone von htc und kommt mit beats audio leider nicht mit beats bei dr dre headset aber ja das ist denke ich mal verschmerzbar kann man sich ja noch dazu kaufen hier dann der lautsprecher der ebenfalls wie schon beim htc one x in das gehäuse eingebohrt wurde allgemein ich habe es ja schon mehrmals in diesem video erwähnt ist da design technisch sehr sehr viel vom one x in dieses phone hier mit eingegangen ja wollen wir es mal einschalten wollen wir es hoch fahren wie gesagt es liegt richtig gut in der hand einfach den power button für circa drei sekunden betätigen es vibriert kurz und währenddessen wie immer die technischen oder die restlichen daten wir haben hier windows von os 8.0 als plattform als cpu den snapdragon s4 great mit 1,5 gigahertz das ist eine dual core cpu und außerdem noch ein gigabyte arbeitsspeicher ja so viel zu diesem gerät ich halte noch mal fest es liegt gut in der hand scheint so vom ersten eindruck her richtig toll verarbeitet zu sein und ja design ist natürlich immer geschmackssache aber es sieht meiner meinung nach schon richtig gut aus leute das war es auch schon wieder von diesem unboxing des windows von 8x bei htc in den nächsten tagen werden natürlich zahlreiche videos zu diesem smartphone folgen und natürlich auch ein finales review wenn ihr irgendwas spezielles sehen wollt lasst es mich wie immer unten in den kommentaren wissen ich werde versuchen darauf einzugehen und das dann bestmöglichst umzusetzen in diesem sinne hoffe ich das video hat euch gefallen bedanke mich fürs zuschauen und sagt ciao bis zum nächsten mal